Ja, das habe ich mitgekriegt, ich saß da neben. Äh. Nö, da ist echt gar keinen Sinn drin, mit dem zu zocken. Er ist so ein Set, fangen wir an. Du wirst dich zur Taufe, zu nix eingeladen, warum soll ich mit dem zocken? Ja gut, Taufe war ganz gut. Hinterher. Ja. Gut, also Hardcore, das heißt, ich muss aufpassen, wenn ich da anschieße. Genau. Richtig. Weil du kannst auch Teammates erschießen. Genau, und das will ich natürlich nicht. Warum nicht? Du machst das ständig, frag mal Alex. Ups. Äh, darf man nicht mit mir spielen. Wenn ich meine erschockene Zuckung gekriege. Boah, du Arsch. Ey. Ich weiß. Bei B. Könnte auch sein, dass du bei B legst. Ja, ich konnte nicht schießen in unserem Team, da trete ich mir vorher. Boah, schrei doch nicht so, man hört nix. Boah. Sein Camper. Wir haben diese Runde verloren. Bereits machen für die nächste. Das heißt, Ralf spielt jetzt bei uns mit, aber man hört ihn nicht, oder wie? Nein, nein. Nein. Das ist der, der mich auch geholt hat. Suchen und zerstören. die runde fängt gerade an ruhig sich schon auf kann man trotzdem ruhig mal bleiben dann machst du auch ab und zu da schießt sich auch nicht tot er spielt aber auch mensch auf der langen geraden zwischen a und b da kämpft jedes mal einer da muss immer aufpassen wie es so schnell weggeznipert habe ich jetzt zwar mit dem drittes möglich nicht wieder bei uns im gang ist da nicht alles und tut nichts wir entschärfen doch schon wir sind auch nur zu viert und die gegner wieder zu sechs ruhig zack geh ruhig unser teammate das ist einfach so das bist du passt das ist nicht woher kommt davon der treppe oder da links war vorhin einer dort beim gang dort hat er mich geholt noch eine minute noch zwei gegen vier stark war keiner von uns machte keine sorgen acht zerschießen dann fragen stellen mach ich auch immer noch 30 sekunden verbündete drohne im einsatz beide im haus war das ist was ich noch zu dritt mit zwei ich sehe ich denn drei rote punkte noch zehn sekunden sind gesichert seid bereit erneut zu gewinnen ich habe die drohe gewonnen und einer dreht am kabel die anderen alle gleich wieder ich werde ein komplettes team geboren Ganz vorne BA habe ich Zwecksinn. Oh. Einer ist hier rechts an den gelben Dingern. Soll das überhaupt sein? Bus zurück? Keine Ahnung. Noch 60 Sekunden. Wir müssen ja legen. Boah. Die kommen gleich hinten durch. Dahinter war was. Einer noch. Und du musst noch legen. Vergiss verlegen nicht. Du brauchst noch 10 Sekunden. 12. Zehn Sekunden. Wir haben die Ladung. Komme sowieso nicht hin, das war mir klar. Wie die gewartet haben. Irgendwann war nur noch einer. So ein Camper. Na ist ja richtig. Haben wir hier auch gemacht. Die Bombe bringt abgecampt. Mein Gott. Wir haben die Bombe gesichert. Feindliche Drohne aktiv. Nicht Call of Duty, sondern Call of Camper. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Was kannst du bei dem Teil wirklich sagen? Es gab schon Schlimmere. Was echt trauriges ist? Ne, das glaube ich nicht. Oh, da hast du Wengalp gespielt? Nein, ich will es aber auch nicht viel später haben. Ne. Das war das COD mit meiner niedrigsten Gamezeit. Also ich habe jetzt hier schon mehr gespielt, wie bei Call of Duty Legat insgesamt. Noch eine Minute. Wo war der Arsch? Wurde doch schon beschossen. Der Camper im Haus umeinander. Noch 30 Sekunden. Ne, finden wir uns im Spawn. Ja, dann finden wir uns im Spawn, war der schon. Wir haben diese Runde verloren. Bereit machen für die nächste. Du weißt zwar nicht, wie er dich gehört haben will, aber der hat sich in dem Moment umgedreht, wie du da um die Ecke kamst. Hammer, ne? Suchen und zerstören. An alle Strascher. Sprengt ein Ziel, um zu gewinnen. Los! Wir haben die Ladung. Wir platzieren bei Bravo. An alle Strascher. Ladung platziert. Auf Detonation warten. Alter, schon wieder bei uns hinten im Spawn. Ja, die kommen immer durchgelaufen. Ich weiß gar nicht, wie die immer durchkommen. Jetzt bist du noch durchgelaufen. Ah, jetzt lassen sich drei mal auf die Bombe gucken und am Rand wegschießen. Nein. Zwei habe ich geholfen, ein dritter kommt. Ja. Das war auch gut. Aber leider konnten sie jetzt entschärfen. Das ist ja wurscht. Ich verstehe nur nicht, wie sie sind. Zwei rennen immer vor. Von unserem blauen mit viel an, sieht auch direkt beide tot. Ach, wir fehlen immer viel gegen Jax. Ja, auch wo sie nicht sind. Ja. So kommt man auch in den Abschusscamp. Seitenswechsel. Ja. Wie muss man da ja mal reinkommen, ne? Suchen und zerstören. Weil ich jetzt Position wechseln müssen, spätestens nach dem zweiten. Ja, da wirst du auch gestanden, wärst du auch tot gewesen. Der war ja schon direkt damit. Das ist wohl nicht von hinten, mein Freund. Ja, aber der von vorne erwischt mich, ey. Ich sollte echt bei Sturmgewehr bleiben, manchmal. Noch 60 Sekunden. Feindliche Bombe bei Bravo. Ich wechsel jetzt auch auf Sturmgewehrklasse. Oh, Gott. Ein Satzschuld. Ich spiel Sturmgewehr und mach nur Hitmarker. Kommt voll da auf. Wir haben diese Runde verloren. Bereits machen für die nächste. Wir sind ihr hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. ganz hinten aus dem sporen bei uns morgen aber wirklich ganz hinten Alex, Runde ist zu Ende. Kannst du wieder mitmachen. Wir brauchen Verstärkung. Oh, da wird er vorhin. Ja. Und dann dank Hardcore einen Abschuss krieg, weil er ein, zwei Kugeln getroffen hat. Ja. Norbert, wann machst du auf Platz 1, bitte? Echt, Norbert, schäm dich. Ab in der Ecke.